hallo leute willkommen zu einer neuen folge von space engineers ja ich würde gerne mal eine kleine runde drehen also mein schiff so ein bisschen testen beispielsweise den sprung machen und mal gucken wo wir hinkommen hier wird noch ausgeworfen man auswirft gerade so also so und dann speichert die welt und lebt dann neu das ist nicht normal treffen sie dann irgendwie in morgen ist das erste was man kann es hätte quasi an diese weg aber naja ja ich würde gerne mit dem schiff heute mal einen kleinen sprung machen wir lassen das mal kurz ausladen hier drüben ist nichts mehr das habe ich schon drin ich werde mit testen so sprung als funktioniert nicht dass wir irgendwas gegen schlägt ob die ankerung hier alles die verankerung das funktioniert unsere schiffe das soll ja alles auch hinhauen ja ich habe eine bohrein zu überlegen darüber länger zu haben wir noch andere varianten davon überlegt die ich aber dann erst baue die juras lohen zu bauen wir morgen daneben sind jetzt bringen die nix und da fällt mir ein moment da fällt mir ein ich habe das muss schon jetzt mal immer halt hier rein okay war das jetzt gott da gab es wie viel das mal den mühl auch raus machen das wird nicht sieht den habe ich jetzt aber gerade nicht drin ist aber nicht schlimm dass hier unten auf das kommt es an drifting small ist die bezeichnung dafür also irgendwas kleines schmales berichtet dort durch die gegend merkt sich mal die fotos die zwei zahlen verändern sich sogar die hier verändern sich minimal immer wieder wollen ich habe mir dieses bisschen aufgeschrieben guck mal diesen stanz 48 km entfernt gar nicht was das ist ich mache es jetzt noch mal 48,030 was war 48,050 kann sich recht schnell sogar das ist unsere kleine drohne ja wo wir denn den spruch mit drauf gemacht haben wir alles das ist die und ich habe mir das mal aufgeschrieben die koordinaten werde jetzt mal hier das weil man sich so ein bisschen minimal werde jetzt mal so quasi weiter machen wir haben 50 km in diese richtung springt vor die sonde dann gucken wir auch was sehen wie sie vorbeifliegt habe ich mir so gedacht das ist wenn ich ganz cool irgendwie da werden wir gleich mal hier brauche ich 50 dass ich das ein bisschen immer verändert ist aber nicht schlimm da war einfach komplett 18 das passt so ist drin das ist jetzt 283 meter hier guck mal das hat mir hingehauen du sollst 15 kilometer so ich will doch aber die richtung oder ist die das gar nicht mehr ist schon lange aus der reichweite ich mich jetzt getäuscht ich dachte dürfte das ist unsere jetzt bin ich ein bisschen überfragt doch das wäre unsere sonde ich dachte auch cool kann man da soll er springen das wäre eine coole aktion das ist ja du da kann man versuchen wir stellen uns schütteln in die richtung und versuchen blindsprung in die richtung ist ein schluss und testen können gucken aber die sonde noch vielleicht doch noch irgendwie erwischen ich fliegt ja mit 104,5 meter die sekunde so kollege bist du fertig ich würde gerne los große rohre das hat noch alles drin ich habe nämlich ja noch mehr schiffe gekauft und abgeflext eben ich versuche jetzt richtig schön viele ressourcen für uns zu sammeln es ist es ist gar nicht mehr sondern viel das können wir spieler machen eigentlich kommen wir schnell das jetzt geht hier aber jetzt hier noch schritt ja gut dann hat man das mit trainer an verschließen alles dann machen wir den block weg und dann schauen wir mal ich muss noch die schwerkraft generatoren fertig machen habe ich jetzt nicht gemacht weil ich halt das immer wieder belade hier ist quatsch dann zieht es das einfach unten alle ressourcen weg ich bin gespannt was das schiff jetzt für eine masse haben wird ich meine die frachträume sind recht gut gefüllt das wird recht viel werden denke ich mal so hier habe ich auch noch ein bisschen so zu gehen schrägen denn noch mal zwei geschützt turmen gebastelt nach unten das muss man so ein bisschen nach hinten und unten so in der beteiligung haben ja hier oben sind es vierer immer noch dieser seite zwei hier innen drin habe ich auch die skripturme habe ich hier reingepastelt dachte ich mir das ist so ein bisschen cool rausgehen so versuchen wir zu skripten und hier ist eine kleine geschützt turme aufpassen dass niemand an diese wichtigen elektronik an die elektronik angeht und sagt es ist vielleicht ganz cool auch so der letzte teile noch das sieht natürlich genauso aus bis zum klenden intern kann wurde so über ein money drin ich habe viele militärschiffe gekauft ich habe auch recht gut money gekriegt und ich sagen glaube ich sagen darf nicht die sonde ist die motor sind machen den blindsprung gucken wie weit man kommt schön wir können bis zu 2000 kilometer kann man wir haben sogar zwei sprungantriebe ich würde es nicht unbedingt so weit springen ich würde sagen wir machen 100 kilometer sprung ist denke ich ich denke ich ganz gut der sprung das können wir machen ja und ich will auch testen eben ob die verankerung für die schiffe alles was alles hinhaut gut wir sind schon hier sehr schön wie viel ich bin jetzt kann man los erfolge wird schon mal alles was noch mit rein sowie modern halt dann wirklich schon mal losziehen nach der nächsten suche wenn es geht die kameras und zu fliegen ist gar nicht gut wenn das lehrt ist hat es ich könnte vielleicht noch mal das ist mir bis zu schnell okay okay Hmm, sicher ist? Ah, lalalala, hey! Verbinder verriegeln, zack, die ziehen ja jetzt mit Energie vom großen Schiff, so ist verriegelt, alles verriegelt, da hinten aufregelt, die Drohne ist die aufregelt, wir gucken erst warum, so alles jetzt hinhaut, so die Drohne ist aufverriegelt, gut, ich habe übrigens mal die Raffineriergeschwindigkeit ganz hoch gesetzt, also mal 10, weil ich habe irgendwie zu viel abgemeinert, und das reicht, achso, warte, so, es geht zu machen, ach nee, ich muss trotzdem das weg machen, gleich, ich mach das gleich mal weg, jetzt flecks das mal weg, äh, es leckt, juhu, tidi, 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 so, ich will kein Wechsel, geht's in der Hand haben, diesen historischen Moment, mach mal zu, enden ist zu, sehr schön, tidi, 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 So. Achso, okay. 100%. Die sind alle voll. Die Slowenergie liefert gerade Output 0,6. Wir haben jetzt nichts am Laufen. Die paar Raffinerien laufen. Weiß ich nicht. So. Dann würde ich sagen, erstmal rüber. Äh. Ja, wir sind schwer. Wenn ich das Design vielleicht noch ein bisschen basteln. Wir haben eine Masse von 14.570.669 Kilo. Gut. Unsere Frachträume sind voll. Ja, unsere Frachträume sind echt voll. Richtig voll. Sollte ich vielleicht doch noch irgendwo? Seitlich. Was ist hinten irgendwo noch? Ich schiebe es erstmal wieder rüber. Es läuft schon mal. Es ist schon mal. Okay. Bremsen tut es bitte schneller. Das ist schon mal gut. Sauerstoff habe ich noch nicht an. Könnte man jetzt wirklich so anmachen. Hier also. Oh. Scheiße. das große hier hinten. Okay, aber. Hä? Warum die zwei? Hä? Die war noch verriegelt. Die Energie jetzt. Hä? Wartet mal. Wir müssen so klein nochmal neue laden. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Ich sehe das hier komplett. Reaktoren produzieren bis 0,6. Aber das verstehe ich nicht. Bei der hinten geht es ja auch bei dem Dropschiff. Wo bin ich bei dem? Wir laden mal eben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum? Gut. Das Dropschiff hinten. Das hat noch die anderen Verankerungen. Hm. Das Dropschiff ist ja nochmal mit den anderen gesichert. Das ist nur ein bisschen blöder. Das heißt, ich müsste da zum Beispiel nochmal umbasteln. Seht ihr das für ein Testflug? Ist schon recht wichtig. Einen Moment. Mal kurz. Ein bisschen verrückt. So. Der Stuhl knatscht. Oh. Kommt. Na. Kommt. Na. Ne. Aber dafür ist der Testflug halt wichtig. Wir sehen. Okay. Wir sehen vordersten. Das geht so nicht. Nur andocken. Und dann losfliegen. Geht nicht. Also. Wir müssen die nochmal irgendwie nochmal verankern. Die brauchen irgendwo noch solche Füße halt dran. Dass es die noch extra. Noch extra irgendwo verankert. Schliplink hat. Wie man das machen. Bei Bursche für diese Form. Es ist schon ein bisschen blöder. da können wir nicht einfach schlecht 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 ich könnte ich könnte bei dem bursche wir könnten an den bursche als beispiel an den vier äußeren kanten das nicht hier den trägen den blog ist ja gerade nach vorne so oben unten und seiten ist es ja so und an den kanten könnte man theoretisch kolben anbringen und an den kalten füße dass wenn das halt angedockt ist die füße noch runter vor das ist so angedockt ist so irgendwie jetzt gerade fahren wir noch die füße quasi noch runter und verriegelt das ganze noch extra das könnte man da ging das und bei dem schleif schiffen ok ok hier hat gespeichert ok hier dass wir jetzt hier hier nur kolben rein bauen müsst ihr was machen da haben wir das schon mal gesichert denke ich ich bin das ist ja das hat es ja länger als hier wo es sind ok so wird die quasi hier reinsetzen das ist klingt so Nein, das ist doch nicht. Ja, lass jetzt mal jetzt hier die Kolben rein. Okay, was brauchen die denn? Steuerrohr, Motor, Herstellungsgewinn, Steuerberatung. Ich hab sogar schon ein bisschen versucht die Container aufzuräumen. Moment. Zack. Zack. Sollte so fassen. Ja, dann machen wir es halt wie hier, dass wir auch Füße haben. Die kommen dann hier und fragen wir das Ganze hier noch. Finde ich gut. Gut. Du dich hier so hell? Äh, wir brauchen ein Krözesloch, toll. Geben wir dann nochmal den großen Container, so, HALT! Okay, und da hab ich jetzt gedacht, mach mal einfach. Hey. Geht nicht. Wahrscheinlich wegen dem Ding dort. Das ist klar, dass das nicht geht. Können wir da hin und herrugeln? Na, verankern wäre echt gut. Hahahaha. Toll. Falten wir alle hier runter, bitte. Kommt. Ah, hier runter, raus wenig. Na, noch ein Stück weg driften. Ein Stück aber da unten ansetzen. Das ist fertig. Und das noch. Und jetzt? So ist da drauf? Genau, so hatte ich mir das gedacht. Oh, das Schiff war mega. Das kleine Bruchschiff. Warum das? Ist hier jetzt nicht noch irgendwas weggeflogen? Da war doch drei was. Hä? Irgendwie sehe ich das Pertouille hier. Ist da noch irgendwas weggeflogen worden? Oh, ne? Ah, das wird sich zeigen. Ja, hier die aufweiten, die Düsen. Der vibriert ist ja nachher, das macht das hier hinten nähen. Doch. Ah, das ist natürlich nicht. Ich hoffe, das Prinzip klappt, was ich gerade hier versuche. Ja. Sieh, wie kann man gleich hier reinsetzen? Die Blöcke. Ansonsten können wir die Klänge Schiffe hier nicht mitnehmen, was ich sehr schade fände. Gut, da haben wir die Hände bei unserem Ausposten. Ich bin Ressourcen haben wir genug damit, wir können dort sofort was Neues aufbauen. Das ist, also bei einem Planeten dann, das ist eigentlich nicht das Problem. In den Ressourcen machen wir jetzt echt nicht. Alles gut. Alles gut. In den Nächsten. In den Neuen. In den Neuen. In den Neuen. In den Neuen. Das ist falsch gewesen, ja. Gut. So, und das noch hin. Der ist auch schon fertig. Okay. Ach, hier, das müssen wir auch noch machen. Vielleicht zu machen. Jetzt vergesse ich das dann wieder. So. Bei dem könnte man das auch so ähnlich machen. Wie man drin ist. Gut. Wir stecken hier rein. So. 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 Then. So. 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 Äh, ne. Was hab ich denn jetzt verriegelt? Ah, ich ahne es. Ah, bereits im Riegel ist er noch da. Neee. Guck mal, Hilfe. Aber ich hab ne Idee. So, um genau zu erfahren, was das für welche sind, mach ich die einfach ein bisschen kaputt. So, und jetzt sehen wir, ja, oh. Das sind doch die Treue. Das sind genau die. Das sind genau die. Ne? Ne? Halbometer Gang noch, hä? 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 So. Wenn das nicht klappt, ähm, ja. Dann brauchen wir... Ähm, hm, 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 hm. Vor, wer, wer, wer am Schiff. Okay, ich spock das jetzt mal raus. Das ist entriegelt. Die haben ja überhaupt nicht an. Das ist wirklich überladen, das ist mir schon klar. Das ist aber jetzt gerade unwichtig. So. Wir haben das eh nicht. Das ist ja wie jetzt hier, ne? Das müsst ihr ja jetzt hinhauen. Ach ne, halt. Wir haben ja jetzt hier eine neue Uhr. Äh, ne, aufnahme Quatsch. Ich hab noch mal Tüchern geladen, das heißt, ich muss es ja noch wegnehmen. Ich hab mal abgetoppt gehabt letztens. Wo ich mich mal testen, wenn das funktioniert. Und dann hatte ich das nur alles gemacht. Die zwei. Was war das jetzt? Und genau sowas ist da nämlich passiert. Und ich höh, wieso ist das jetzt passiert? Das frage ich mich jetzt. Wieso? Ist das jetzt explodiert? Hier fehlt's nur ganzer Block. Und das ist nämlich genau das. Das ist nämlich letztens auch passiert. Da bin ich ganz noch mal abgedockt. Und ich weiß nicht, warum das passiert ist. Darum hab ich das immer flexen jetzt. Muss man erst mal verstehen, ne? Ein ganzer Block fehlt jetzt hier. Weil ich sollte ja hier ringsherum mal Panzerklappen machen. Also, ich wäre eine Panzerung. Das ist ja vielleicht ganz gut. So, sagen wir testen in der Folge das jetzt mal noch. Ob das jetzt hält. So. Das ist alles verriegelt. Halt. Ist zu. Ah ja, es geht zu. Gut. So, wir testen's. Ich mein, das Kleiderschiff kann ja dabei nicht hier bleiben. Ist ja nun kein Problem. Ja. Also, jetzt wissen wir auch, wie ich das noch umbauen muss, dass es Sinn hat. So. Wir scrollen jetzt weg. Na, das dauert ein bisschen, bis er so wieder auf Schwung kommt. Wir treiben wir doch mal ganz ein Stück raus. Ich mach mal wieder so. Wir waren bei 5, äh, beim Tempo vor uns bei so 5,5 Meter die Sekunde. Und ich denke mal, dass wir kurz mal so zu erreichen. Müsste erst mal ganz ein Stück weg kommen. Schaut, dass ich hier nicht durchkommen kann, doch die Tür dich nur offen gelassen hab. Doch, kann ich, aha. Das Dropship ist da. Aha, da müsste die andere Tür offen sein. Ah, das Abbauschiff ist wohl dann mal... Von hier hab ich Abbauschiff geschrieben, ne? In der Beschreibung, oder? Gut. Das haben wir. Jetzt müsste es ja zeigen. Es steht. Ja, sehr schön. Also, wir müssen das machen. Ich habe eigentlich mal Abbauschiff geschrieben, das ist auch das Erdbauschiff. Darf ich mal kurz hier drauf zugreifen, bitte? Ähm... Abbauschiff geschrieben, ja, das ist... Abbauschiff. Abbauschiff. Ja, dann bauen wir das bei dem anderen irgendwo so hoch. Bis dahin. So. Jetzt sehen wir das selber. So. So. Jetzt sind wir aufregelt, halt alle sind. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Aber wir warten noch. In der Folge mache ich noch schnell was. Ich tue das kleine Abbauschiff bloß mal schnell. Hä? Ah, okay. Das Abbauschiff fahre ich bloß noch mal schnell zur Station. Geht die noch schnell zur Station? So ein bisschen an die Station halt ran da so, ne? Dass wir dann wieder hier ran wollen, dass es dann nicht uns im Weg ist, wäre auch schlecht. So. Zack. Uäh. Jetzt hat ja unten dann so noch einiges zu tun. Na und hier baue ich dann auch gleich mal noch was ran. Und dann locken wir das direkt mit dazu. So. Und dann geht's jetzt bloß. Aber erst der nächsten Folge. Haha. Ich, äh, schnell rein. Ich will das zumachen. Hier ist wieder Eis repariert, ne? Ne, aber da ist noch eine Beule drin, ne? Ah. Ja, hier ist auch noch ein Glück. Warum? Ich verstehe das nicht. Muss ich denn vielleicht hinten raus machen? Ach so, mir fällt grad noch ein. Ich wollte grad mal was gucken. Ich hab grad wieder schwerfällig hier schon merkt. Ich hab ja auch einiges im Inventar. Hier hinten noch irgendwie, das mach ich hier noch. Uäh. Nicht so weit. Hier war ich hier dazwischen so, ne? Ja, so noch zwei. Hier guck mal das Dexogo ganz gut aus. Wartet mal. Hier soll ich dazwischen nochmal jeweils Triebwerke haben. Wär gar nicht schlecht, oder? Ja, das ist ja gut. Wartet mal. Ähm. So. Da haben wir hier drüben nochmal zwei Triebwerke mehr. Das ist gut, das machen wir. Ich würde sagen in der Runde hier, also in der Folge noch, warum wir die jetzt nicht fertig Ich mach dir jetzt bloß mal ran. Äh. Das Schiff ist nämlich so schwer, weil das nicht mal einsatzweise voll beladen ist. Aber das ist bei der Kapazität, die es haben kann. Also huuuu. Dann brauchen wir noch ein paar Triebwerke. So. Dann ist das so gut mit diesen kleinen Blenden, die ich hier gebaut hatte. So als Schutz vor den Triebwerken. Äh, Triebwerken. Ja, kennt. Da komm ich raus rein. Das ist so. Hm. Reicht eh ne. Passt schon. So. Hmhm. Na, aber nochmal zwei versteckte Triebwerke quasi. Ja das ist gut. So, Hilfe! Nein! Nein, 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 nein! Ich muss wirklich schwer belauten, das ist richtig böse gemacht, ey! Da trifft es mir ruhig schön noch weg! So! Das haben wir auch gemacht, das können wir bei einem anderen Schiff natürlich noch anpassen. Die Triebwerke, also die Fahrwerke, uah! So! Gut, vorher würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann starten wir durch, mit unserem Schiff einen kleinen Sprung machen wir. Ähm... Wartet mal, da fällt mir gerade ein. Schau, try! Wenn ich jetzt schon auf 1, ist das mit 0. Ähm... Auflage, ja! Okay, ist an! Hä? Ich spreche der Energie! Ich benötige Zufuhr! 3 Megawatt pro Stunde bloß! Was ist denn jetzt los? Ich verstehe, ob ich noch einen Sekunden... Hä? Warum lebt das? Ich wollte eigentlich die Folge jetzt beendet haben. Reaktor... Oh, schön! Ne, ne, hab ich hier! Ich kann dir grad die Antwort, ich mach gleich! Das hat die Geist gehoben! Halt aber hin! Die Kleen sind irren! Ich guck mal, ganz so schön die Tür noch mal, ich löns noch mal durch! Ja, die hier müssten erst mal aufladen, die zwei vor mich springen können, überhaupt! So wie es aber gerade aussieht, laden die gar nicht auf! Was ich nicht verstehe! Energie ist doch... Ja, das ist alles eigentlich nicht! Hier, guck mal, es werden mehr! Seht ihr das? Die Distanz, die die zurücklegen können, werden mehr! Bist du das mal machen? Wo ist denn jetzt? Ah, hier! Ich mach einfach eben mal aus! Dann geht alles auf den anderen! Das müsst ihr dann hinnehmen! So! So, dann machen wir nix! Checken wir! Hä? Äh? So, das ist weniger! Ne, so zu mehr! Hä? Okay! Ähm, wie auch würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge! Jetzt machen wir die Folgenpause! Und dann gucken wir mal, was mit diesem Sprungantrieb hier los ist! Ich weiß nicht, ich höre überhaupt, das sieht viel cooler aus! Äh, bei der Tür auf sind! Geh auf! Geh auf! sehr schön na gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder also, bis dahin, tschüss hey, ist aufgeladen der was? so ganz spontan so na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dahin, tschüss